Schöne Hände hier von Daniel Deals, schöne Führhand. Abschluss immer ein Kick zum Bein. Harte Schlag- und Trittkombination hier von dem Mann aus Deutschland. Der Holländer feuert aber zurück. Hier mit harten Kicks, hier schöne linke Richtung Leber von Daniel Deals. Wieder eine harte linke Hand an den Körper von Deals.